Das sind Worte, die nur mit einer Aktion vergleichbar sind, und zwar wenn ein Engel vom Himmel hinabsteigt und mir mitten ins Maul pisst. Ich glaube, das ist ein Engel vom Himmel. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das sind Worte, die nur mit einer Aktion vergleichbar sind, und zwar wenn ein Engel vom Himmel hinabsteigt und mir mitten ins Maul pisst. Mutz! Aber muss ich denn, also muss ich, also ich meine, das hier ist jetzt etwas, das nicht hätte passieren müssen und man muss auch nicht jeden Tag, äh... Frequenza! Mutz! Schäm dich!